Mit Diaschwert kommt er an. Ja, komm. Oh, Junge, ist das dein Ernst? Jäger, du hast ein Diaschwert und rennst weg? Jo, Leute, was geht ab? Jetzt willkommen zu einer neuen kleinen Folge. Mit Minigames und diesmal sind wir hier am Endergames spielen. Ich muss erst mal mein Soundslider schellen. Und wieder mal mit einem kleinen Teemmädchen. Was ich natürlich wieder Teemmädchen, alles habe. Auf jeden Fall werde ich das ein bisschen thematisieren. Außerdem habe ich jetzt Primäraufgomme geholt. Das heißt, die Aufnahmen werden jetzt ein wenig mehr aufgommenspezifiziert sein. Genauso wie die neue Zombies Modus, die ich auf jeden Fall mit meinem Minigame-Format noch durchqueren werde. Leute. Und guck mal mal, wie wir es so machen. Und zwar habe ich heute, wie ich so lange verletzt habe. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Auf jeden Fall kann ich keinen Kurs gehen mehr oder keine SGM mehr. Ich habe... Es liegt einfach daran, ich habe mich so aufgeregt, weil einfach die ganze Server geleckt hat. Und wie ihr vielleicht wisst, wenn man sich aufregt, kann man rein gar nichts. Und genau so war es halt bei mir auch. Ich habe mich einfach die ganze Zeit so aufgeregt, dass ich einfach die ganze Zeit gestorben bin. Und ich habe natürlich das Gip-Baba. Natürlich. Warum habe ich mir kein normales Bult? Naja, es mir eigentlich egal. Ich juck das einfach nicht. Auf jeden Fall... Oder sind wir das Gip-Baba? Naja. So, auf jeden Fall. Ja, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Und zwar an der Seite sind jetzt die Kills und so lila. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so ist, was da nicht so toll sein soll. Aber es ist auf jeden Fall so. Und die droppen kein Essen. Und das war außerdem gerade mein Handy. Wo die Leute mir gerade WhatsApp-Nachrichten nennen, weil ich jetzt etwas aktiver auf WhatsApp bin. Aber, naja. Am aktivsten bin ich im Moment wirklich auf Instagram, obwohl ich da früher so richtig inaktiv war. Aber es macht einfach richtig Spaß, mit den Hashtags und so sich da ein bisschen auszuleben. Und mein, ja, Thema für heute... Oh, Leute, wir gehen nicht spawnen. Nein. Okay. Können wir den killen? Aber nochmal, seine Crafting-Box hätte ich schon. Ja, okay, da ist jemand. Diaschwert kommt da an. Na, komm. Oh, Junge, ist das dein Ernst? Digga, du hast ein Diaschwert und rennst weg. Digga? Ist das gerade dein Diaschwert? Okay, wir müssen hier wirklich aufpassen, weil diese Kühe könnten auch Spieler sein. Also, hier gibt es hier wirklich jeden Shit, den ihr euch vorstellen könnt. Und, ja. Der Typ war wahrscheinlich schon vorher low. Auf jeden Fall habe ich mich ziemlich gewundert. Ey, wie ich das hasse, wenn ich die Border nicht sehe. Ich habe meine Partikel ausgeschaltet und Leute, helft mir. Ich weiß nicht, wie man sie anschaltet. Und ich habe noch mein altes Tector-Back drin, weil... Ich das bei Ender-Games irgendwie voll geil finde. Keine Ahnung. Bei Kurs-G auf jeden Fall nehme ich immer mein anderes Tector-Back, aber... Ender-Games, Alter. Immer nur mit dem. Komm, stirb. Da ist noch jemand? Wer natürlich gerne abstorben würde, ne? Glaube ich dir wohl. So. Aber so läuft das hier nicht. So, meine Freunde. Was haben wir denn hier für Stuff? Naja. Ich bin jetzt eher so ein bisschen aus Kämpfen aus. Ich habe es gerade Bock, coole Kämpfe zu machen. Und ich gehe hier die ganze Zeit Sachen zusammen. Keine Ahnung, habe ich irgendwie es gerade Bock drauf. Ah, ich meine Switch-Skills. Switch. 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 Meine Switch. Bin ich gerade behindert? Meine Switch-Skills. Und meine Redeskills, Alter. Was glaube ich von Switch-Skills, Junge? Meine Redes. Ich kann heute nicht reden, Alter. Was ist denn los? Okay, Leute. Ah, hier. Genau. Man hat ja auch noch so einen Kompass. Schon ganz vergessen. Eins, zwei, drei. So ist es perfekt. Und jetzt haben wir 15 Eisen. Ich glaube, langsam sollten wir wirklich mal eine Testplatte machen oder so. Aber ich komme da irgendwie gerade nicht zu. Pfeiler habe ich nicht mehr. Aber einen Bogen. Hey, komm doch her, du Mistgeburt. Hey, bist du irgendwie dumm? Okay, der hat uns jetzt schön Holz gegeben. Und eine Crafting-Fabre. Ist ja noch netter. Warte mal. Okay, 50 Euro. Und der kommt uns in die Nähe. Ne, wir nähern uns ihm. Bitte, bitte. Ich wollte jetzt nicht sterben. Boah, dieses... Nein! Zum Glück habe ich die hier. Das werde ich nämlich jetzt schon lange dauern. Fuck, Alter. Das nervt. Mhm. Jetzt muss ich erst mal wegkennen. Aber es gibt ja auch noch hier so einen schönen... Ja, klar. Wenn die hier nicht gezündet, wusste ich natürlich. Okay. Gut, der wurde getauscht. Man checkt jetzt erst mal nicht, dass ich hier bin. Das heißt, ich könnte mir... Von meinem nicht vorhandenen Crafting... Wann, Alter? Was ist denn heute los? So, von meinem nicht vorhandenen Crafting... Jetzt ist er wirklich nicht mehr vorhanden. Aber wie weit ist denn okay? So, jetzt haben wir erst mal ein bisschen Zeit. Meine Fresse, als wir es doch nicht so fassen. Stell dir vor, ich hätte jetzt gerade gecraftet. Das wäre die Hölle gewesen. So. Und ja. Da sind wir auch... Ich weiß gar nicht, was man hier gerade so groß kommentieren kann. Also, so viel kann man hier gar nicht kommentieren. Und wir sind auch schon fast im Deathmatch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, die Sachen sammle ich sowieso immer ein. So. Jetzt laufe ich den doch mal ein bisschen entgegen. Haben wir eine Rod? Nein. Mhm. Weil... Ich glaube, es ist... Oh, fuck this. Und... So. Ich habe mir Schuhe, ja. Aber nicht die krassesten. Hätte ich schon noch Bock, irgendwie noch mal sind. Aber wir haben keine Pfeile. Das heißt, das kann ich schon mal vergessen. Dega! Macht mir halt Angst. Sechs Eisen nochmal. Nice. Das heißt, wir können uns nochmal hellen machen. So, so. Zack, zack. Und... Bitte wird jetzt nicht getauscht. Das wäre ziemlich für den Arsch. So, habe ich noch vier Eisen? Nein. Okay. Dann... ...ist der nächste Typ... ...schon etwas weiter entfernt. Boah, wie habe ich meinen Inventar gerade, Alter? Das geht ja wohl gar nicht. So, 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 so. Essen hierhin. So. Passt schon. Ah, Speedbock, geil. Genau, das gibt es ja hier auch noch. Ey, ich erkläre den Spielmodus gerade nicht, aber ich glaube, ich denke mal, jeder von euch kennt ihn, weil... Ihr guckt ja alle Gaming-Videos, auch meinetwegen, ich glaube, auch von Simon umgespielt. Und wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das nicht macht, würde mich auch mal gerne interessieren. Und der rennt von mir weg, glaube ich. Hey, der hat auch einen Speedbock, hundertprozentig, sonst wäre der nicht so schnell. Wo ist er? Der ist... Der ist nicht als Ziel verkleidet, bitte nicht. Da ist er. Hm? Da ist er. I see him. Okay, das geil ist, wir müssen Speedblock. Was denn, Hurensohn? Ja, da muss man mit rechnen, Leute. Tue ich natürlich nicht. Das bin... Das war dumm. Oh, wie dumm bin ich denn? Und sowas passiert mir die ganze Zeit in den Kurs, Leute. Genau das. Ah, wir sind ja... Premium. Wir sind der bessere Mensch, deswegen können wir jetzt hier rein. Ich finde das immer so geil, wie das immer gesagt wird. Alter. Premiums auf Gomme, ey. Solche Arschlöcher. Okay. Das ist aber auch schon die letzte Runde. Mann, was war denn das, Mann? Und vor sowas reg ich mich dann so hart auf. Ah, ich droppe einfach eine Ender-Perle. Aber der hätte mich eh mit dem Bogen zerfickt. Weil ich einfach keine Pfeile hatte, ne? Das ist einfach ein Ender-Games so für den Arsch. Nein, jetzt habe ich irgendeinen Dreckskid... Ne, Baba. Okay, ja. Fuck, Alter. Ich vergesse es auch immer, ne? Mein Kitz zu wählen. Kann es sein, dass er aufgenommen hat. Gut, sieht man ja in YouTube. Verstehe ich das gerade? Hat sie jemand mit aufgenommen? Ah, ich anders erinnere mich, was da läuft, Leute. Okay. Boah, Mann! Alter, sowas ist nervig. Und ja, das Thema, worüber ich heute reden will, ist einfach, einen Strike auf YouTube zu kassieren. Und das war einfach so, ich habe mir ein Video von Apecrime angeguckt und das hieß einfach, ja, alle 16 Strikes oder so, ne? Und genau in diesem Moment kommt es mir wie ein Schlag. Und ich denke mir nur so, scheiße, einfach scheiße. Denn die sagen einfach, ja, wir haben die und die Musik benutzt. Und ich wusste ja ungefähr, um welches Video sich das handelt. Und genau diese Musik hatte ich auch in meinem Video benutzt. Und das heißt, ich war ziemlich am Arsch. Erstmal direkt in meine Abo-Box geheilt. In der Abo-Box. Erstmal direkt Videos gecheckt und geguckt, äh, habe ich jetzt auch irgendwie einen Strike. Aber bei mir war es so gut noch nicht. Und ich konnte mein Video noch schnell offline nehmen. Man, wie, so erschrecke ich mich da jedes Mal drüber. Fuck! Und ich konnte mein Video noch schnell offline nehmen. Aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Oder für manche Hater ganz gut. Okay, ähm. So, meine Freunde, jetzt. Aber, ähm, hätte ich nicht Strike kassiert, aber, pfff. Sie juckt uns ja nicht den Spaß. Okay, äh, haben wir Holz bekommen? Nein. Man bekommt, glaube ich, in Energies nie Holz. Ähm, meine Kamera ist ab 21 Minuten genau weg. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, auf den Moment. Wenn die Kamera auf einmal abscheißt. War ja letztmal auch schon wieder so schön. Und, ja, meine Freunde. Ich habe meinen Magenknoten irgendwie voll. Keine Ahnung warum. Ich bin komisch. Ein Lauf. Und so. Vier, da können wir uns noch einen schönen Schuss machen. Zack, zack. Und zwei. Boom. Jetzt haben wir eine Rot. Ne Rot. Wir sind Rot-Pi-Pi-Pi, Alter. Rot-Pi-Pi-Pi-Pi-Pro. Nein, okay. So, meine Freunde. Das könnte auch schon gleich unser Tod gewesen werden. Wäre er jetzt nicht weggerannt. Deswegen verfolge ich ihn ehrlich gesagt noch ein bisschen. Weil ich glaube, dass er low ist. Ich vermute es. Oder? Das ist nur eine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung. What the fuck, Alter? Als wenn. Er ist ein Känguru. Deswegen ist mir das jetzt gerade egal. Oh, ich kann wegrennen. Ah, Mist geburt. Tschüss. Noch ein schönes Leben dir. Noch ein Sweet-Block. Tschüss. Er ist auch so schnell, ne? Der kassiert die Hälfte und ist tot. Jetzt kann ich einfach wegrennen. Ich kann gleich mal weg, Alter. Du, du, du. Bitte. Verpisst euch. Nein, der nächste schon wieder so. Verpisst dich doch, Alter. Ey, komm, Alter. Was? Enterhaken. Das zieht er nach hinten. Okay, Leute. Alles klar. Okay, Leute. Hoffentlich hat euch die Folge ein wenig unterhalten. Ihr hört an meiner Stimme, die ist ein bisschen verkratzt. Und ich weiß auch nicht, warum das ist. Aber haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschau.